Die klare Einladung, wir müssen dazu stehen, dass diese Gewährte unverbrüchig sind. Freiheit, Gleichheit und Mitgeschwisterlichkeit. Lass mich noch was Ernstes dranhängen. Wir wissen, dass längst nicht alles in Ordnung ist in unserer Gesellschaft. Vieles ist im Magen. Und es gibt Armut im Alter und Armut bei Kindern. Und es gibt Ungerechtigkeiten und Missachtung. Es gibt Verletzungen der Würde. Und manche sind eben mehr gleich als andere. Das wissen wir. Aber lasst uns doch jeden Tag miteinander dafür kämpfen, das zu ändern. Und im Gespräch miteinander darüber bleiben. Und diese Herausforderung annehmen, als plump uns abzuschotten und zu meinen, unsere Kultur werde gefährdet, wenn welche dazukommen. Das Gegenteil ist der Fall. Leipzig ist Leipzig geworden, weil seit über tausend Jahren Menschen aus aller Herren Länder, aus allen Nationen zu uns kommen, bei uns wohnen, Wurzeln fassen und in dem Moment, wo sie hier sind, Leipzigerinnen und Leipziger werden. Das ist doch die Botschaft.